Okay, die Partie kann steigen. Nash, ein Experte für ausgefallene Kampfsportarten. Bayard, der unübertroffene Prezisionsschützer. Harris, ihr Anführer. Fähnlist, was du auf dem Spiel stellst. Zusammen sind sie ein unschlagbares Team. Count of Horse. Auf sie wartet der gefährlichste Auftrag meines Lebens. Okay, ihr Clowns, schminkt euch ab. Ihr habt das, was man einen Spezialauftrag nennt. Jemand, der einen so hundertprozentigen Schutz braucht, wie nur wir ihn bieten können. Warte, ja. Count of Horse. Ey, Boss, bist du hier, um mich abzulösen? Wieso? Hast du auch einen ruhigen Job? Zu ruhig. Einer der Wachlöse sagt, die Verbindung mit dem Kellergeschoss ist abgerissen. Counter of Horse. In genau drei Stunden zünden wir das Feuerwerk. Ab jetzt. Diesmal ist es ernst. Jetzt! Kura kommt die Treppe hoch. Acht, den Jungen bei sich. Kura! Jetzt! Falls Sie in Gefahr geraten und Hilfe brauchen, sie ist stets zur Stelle. Counter of Horse. George Rivero. George Kennedy. Andrew Stevens. Isaac Hayes. Und Louis Jourdan in Counter of Horse. Untertitelung. Vielen Dank.